Drei Übungen als Sportler. Ich glaube, wir kennen und hassen sie alle. Burpees. Das ist ein Ganzkörpertraining, wo man Kraft und Ausdauer hat. Man trainiert im Grunde genommen alle Körperregionen. Arme, Rücken, Beine, Bauch, alles zusammen. Ich werde euch das kurz mal vorzeigen und kurz was dazu sagen. Für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Und zwar startet man in ganz normaler Standposition, springt dann runter in den ganz normalen Armstütz, geht runter zu Liegestütz, geht hoch, springt dann gleichzeitig hoch und macht wie beim Jumping Jack einmal die Arme zusammen und dann geht es weiter. Das Ganze flüssig, mehrmals hintereinander. Je nachdem, wie viel man machen möchte, kann man dann steigern. Ich mache es einmal vor. Zwar runter, Liegestütz, hoch springt und Jumping Jack. Und jetzt wieder runter und Jumping Jack. Das Ganze kann man dann steigern, schneller machen, öfter machen, je nachdem, wie trainiert man es.